Juppies, wohl VIP-Gäste auf Sylt. Auf Sylt? Sie, Sie haben das verbotene Lied gesungen. Das verbotene? Ich dachte, wir hätten klar und deutlich verkündet, dass dieses Lied nicht mehr gesungen werden darf. Nirgendwo! Und, und einer von Ihnen, einer von Ihnen hat, hat Ihren Bart nachgemacht und den Hitlergruß gezeigt, mein Führer. Mein Bart? Was? Was erlaubt sich dieser, dieser dahergelaufene Taugenichts? Das ist mein Bart. Und warum grüßt mich dieser, dieser Lump? Ich kenne ihn doch gar nicht. Will dieser Hund Follower von mir abgreifen, oder was? Ja, gibt es denn keine ehrenhaften Männer mehr auf dieser gottverdammten Welt? Was, was ist das? Schaltet dieses Lied aus. Ich will diese gottverdammte Melodie nie wieder hören. Ich hab mir die Willi bestellt. Die neue Willi. Spielspaß und Schwung. Snickers für Linkshänder!